ja und das macht eine todesrolle zur Seite, was war das denn? ja ich hab meinen Axt gehofft, wo ist die, danke schon einmal tot aber da kommt nur so rumgerutscht naja ich hab den Kopf kaputt gemacht nein es ist echt, er diese Scheiß-Kombo dauert zu lange und ich bin schon wieder tot aber ich hab keine Spitzen mehr naja ich hab mal noch welche ich hoffe mal die funktionieren so, dass sie für dich benutzen kann ja das kannst du schon, aber dann hast du selber weniger boah, ich krieg diese Scheiß-Kombo geht mir voll auf den Sack ich kann die nicht rechtzeitig beenden und dann werde ich hier von den Scheiß-Staffeln getroffen äh, äh, kenne ich's hab den Kopf getroffen ah, ich bin tot ja die Axt wertet mich auch nicht, danke ah, ich mach das jetzt trifft mich sogar nicht ah nein, das ist eine also, das ist auch da, oder? ja ich schleiche mich einfach daran na ich komme hier gar nicht raus was soll steckt mich einfach hinter den Bäumen, da finde ich mich nicht wir brauchen beide die Quelle ja, ich will ja nicht die ganze ladung, jetzt kommst du her, Daniel Oh Gott ich habe keine AP mehr ich geh oh Gott mal mit den richtigen Waffen wäre das so viel einfacher ich werde wieder getroffen ja ich hatte die kombi ich bin dort dass ich einfach liegen irgendwie nicht gegeben aber ich konnte ich wieder blieben ich habe bestimmt mehr als schon drei wahl hat wieder beleben also weiß ich das ist doch voll gewinnt von dem das ist jetzt unsere hose ich mache die ganze zeit die kombo da und dann trifft er mich mit den scheinen stacheln macht doch nicht die kombo ja dann bin ich zu nah an den ränden krieg mal weg von dem ich habe okay dreck nach wegen gefahr dingen also ich könnte ja richtig langzeit weg wenn man eine gesteckt an der feste also ich habe immer noch spitzen ok da geht ich wieder zum leben verbraucht also keine das ist schon mal gut zu wissen ich habe noch zwei chancen meine axt kreis noch irgendwie zwei dreimal mich herum aber du bist viele ich wollte kann man sich hier weg von mir ja auf meine spritzen wir haben noch die sachen bekommen anscheinend ja okay die blumen wir sehen auch frau aus wie die nobs da wir spielen hat erst seit zwei tagen er wirst du eigentlich hier schwerfällig so soll man hat zu meckern ich bin tot dass sie sterben hat endlich springen ich bin echt mit allen waffen beschissen ich habe noch eine okay keine ahnung ich bin irgendwie gedüßt und damit ich direkt umgefallen ja das passiert da war es ja da war es gut nach okay cool standard ja hatten wir das nicht als tutorial ding ja jetzt nur als großes wie ich seit erwachsen ja nehme ich an weil er ist gerade in der geschlechtsverwandlung so herr war ja der abgast da er kann dann da war es sich trotzdem ja ich dachte jetzt den seine links dadurch abgebrochen ja nein ja ich auch und es plus ja du hast eine A und nicht gut genau L-l-l-l-l-l-l-l-l hi ok wundervoll sag ich doch wahrscheinlich genauso lang gedauert es plus die ganze zeit bessere bewertungen als ich wie sehr sich darüber freut mein Gott wir reden hier von einem sehr kleinen Mann mit einem sehr großen Napoleon Komplexe Gott gleiches Gameplay Musik 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 Musik